Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Teil des Erfolgsguides auf getnews.de. Wir haben heute den Guide Schiff des Leids oder den Erfolgsschiff des Leids vor uns. Wir müssen dazu in der Meerenge der Verwüstung am Signalgipfel starten. Das Schiff befindet sich unter Wasser. Man kann hier zu Beginn wahlweise quer über die Insel oder wie ich am unteren Rand entlanglaufen und man muss ansonsten eine sehr, sehr weite Strecke schwimmen. Der Erfolg an sich ist relativ simpel, man muss halt den Ort erreichen. Das ist jetzt nicht so die schwierigste Aufgabe. Die schwierigere Aufgabe ist es, an dem Ort zu überleben. Beziehungsweise, also um den Erfolg zu machen, braucht man nicht überleben. Man kann einfach reinschwimmen, das werde ich gleich auch tun. Aber wenn man zum Beispiel an die Truhe möchte, sollte man sich irgendwo auch da eventuell durchkämpfen und nicht nur wie ich einfach schnell durchschwimmen. Als zusätzliche Schwierigkeit, das werdet ihr gleich sehen, ist dieses Schiff noch sehr, sehr verwirrend. Was besonders an der Tatsache liegt, dass es schräg natürlich im Meer liegt als gesunkenes Schiff und demnach man die Wege nicht gerade laufen kann, sondern, naja, ihr werdet das gleich im Detail genauer sehen. Ansonsten ist das eigentlich ein relativ einfacher Weg auch. Ich schwimme von der Wegmarke aus ziemlich gerade, also ziemlich weit oder straight nach Westen. Was, ja, keine große Herausforderung ist. Unter Wasser wird man relativ viel in Ruhe gelassen. Nur halt das Schiff selbst ist dann, hat oder hat eine gewisse Schwierigkeit dabei, würde ich mal behaupten. Es gibt zwei Varianten, mit denen ihr euch da durchkämpfen könntet, oder die ihr da durchkommt. Erstens, ihr schwimmt, so wie ich es gleich tun werde, oder ihr kämpft euch durch. Das Kämpfen dauert eine ganze Weile, weil doch einige Gegner auf dem Weg sind, aber, nun ja, man muss es halt selber entscheiden, ob man die Truhe am Ende möchte oder nicht. Hier, die Luke ist der Einstieg in diese ganze Welt und ihr seht jetzt hier mit der Schräge, dass das ganz schön verwirrt ist, an welcher Stelle man sich gerade befindet und da habe auch ich mich hier vertan. Ich hätte hier nämlich hochgemusst, wie das in allen anderen Schiffen auch ist, nur das merkt man halt hier nicht, weil dieses Schiff sehr, sehr kompliziert gebaut ist. Ihr startet also vom Eingang aus hier hoch, habt dann, ja, hier noch verschiedene Sackgassen, wenn ihr nicht aufpasst und wenn ihr den geschickten und richtigen Weg nehmt, dann kommt ihr schlussendlich auch am Ziel an. Wie gesagt, es ist ein bisschen riskant, was ich hier mache. Ihr müsst da relativ tief in den Rumpf des Schiffes rein, aber das Risiko ist es wert, wenn man halt nur den Erfolg möchte. Ansonsten seht ihr jetzt hier, was ihr alles hätte bekämpfen müssen, um an die Truhe ranzukommen und ja, das war es eigentlich schon. Wir sehen uns wieder zum nächsten Guide. Ihr kommt hier zum Übersichtsguide zurück. Denkt ans Liken, ans Abonnieren. Schaut vorbei auf gehtnews.de und man hört sich dann zum nächsten Teil. Schaut vorbei auf gehtne. Schaut vorbei auf gehtne.